Die sicher angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2018 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1960 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 823 Euro. Wir freuen uns, die Nähe zu informieren.